Als Auferstehung wird die Aufrichtung eines oder aller Gestorbenen zu einem ewigen Leben nach oder aus dem Tod bezeichnet. Eine Auferstehung erhoffen und lehren verschiedene Religionen, besonders die drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Sie folgen der religiösen Vorstellung einer Erweckung aller Gestorbenen zu einem Endgericht eines Gottes über Böse und Gute. Unterscheiden sich jedoch von Vorstellungen einer Trennung der unsterblichen Seele vom gestorbenen Leib und einer Reinkarnation der Seele in einen anderen sterblichen Leib. Das antike Judentum entwickelte seinen besonderen Auferstehungsglauben aus dem Gedanken der Gerechtigkeit des Schöpfers und Bundesgottes der Israeliten in zwei Varianten. Auferweckung nur der im irdischen Leben gerechten Israeliten zu einem ewigen Leben mit Gott oder Auferweckung aller Menschen zum Endgericht Gottes. Das dann Gerechte mit ewigem Leben belohnen, Ungerechte davon ausschließen und strafen werde. Beide Varianten sind mit der Erwartung einer umfassenden Verwandlung der geschaffenen Welt im Reich Gottes verbunden. Das den Tod überhaupt überwinden werde. Das Judentum trennt das jenseitige Schicksal des Einzelnen also nicht vom Heil des Gottesvolks, der Menschheit und der ganzen Welt. Das Urchristentum bezog die weltbezogene jüdische Auferstehungshoffnung auf Jesus Christus. An ihm habe der Gott Israels das Endgericht schon vorweggenommen, um sich mit der Welt zu versöhnen und ihn als Sohn Gottes und Messias zu offenbaren. Darum fällt die Hoffnung auf Auferstehung der Toten für Christen mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi als des Richters über alle Lebenden und Toten zusammen. Zoroastrismus Der Zoroastrismus eine auf Zarathustra zurückgeführte persische Religion. Lehrt zunächst ähnlich wie altägyptische Religion eine Reise der Seelen der Verstorbenen an die Sinwadbrücke. Hier werde Gericht über Gute und Böse gehalten. Für die im irdischen Leben rechtschaffenen Menschen sei die Brücke breit wie ein Pfad, für die anderen schmal wie eine Messerspitze. Die Guten gelangten in die seligen Gefilde des Paradieses garode Männer. Den Ort der Lobgesänge, die Seele der Bösen aber gelange an den schlechtesten Ort. Dreitausend Jahre nach der Geburt Zarathustras, der die Menschen den Weg zum Heil lehrte, werde der Sejojant erscheinen. Er werde die bösen Geister vernichten und eine neue, unvergängliche Welt herbeiführen. Auch die Toten sollen dann auferstehen. Zeitlich etwa parallel zum exilischen Judentum wurden hier die Vorstellungen von Entgericht, Erlösung, Auferstehung, Vernichtung der gottfeindlichen Mächte miteinander verbunden. Sie könnten die ähnlichen Lehren der drei monotheistischen Religionen beeinflusst haben. Unklar bleibt, ob die Vernichtung der bösen Geister auch die Rettung der Verdammten und eine Neuschöpfung der bisherigen, dem Tod unterworfenen Welt umfasst. Hellenismus Die griechischen Ausdrücke für Auferstehen bzw. Auferwecken wurden in der antiken, vom Hellenismus verbreiteten griechischen Literatur nie für das Fortleben der Seele nach dem Tod oder eine Seelenwanderung verwendet, sondern immer für die Wiederbelebung von Scheintoten. Sie tauchen nur sehr selten, meist in Romanen. Für die Wiederbelebung von Verstorbenen oft entpuppt sich deren Tod dann ebenfalls als Irrtum und Schein. So schrieb Platon in seinem Werk Politeia von einem Soldaten, der im Krieg gefallen zu sein schien, aber wieder lebendig wurde, als sein Leichnam verbrannt werden sollte. Demgemäß feierten hellenistische Mysterienkulte eine Wiedergeburt des Lebens nach dem Tod als zyklische Wiederkehr der Kräfte und Rhythmen der Natur, nicht als endgültige Befreiung der Schöpfung vom Tod. Der Kynismus, ausgehend vom griechischen Philosophen Diogenes, vertrat einen solchen Mysterienkult und verband dabei die Idee einer Weltseele mit Elementen der griechischen Mythologie wie dem Halbgott Herakles. Der Begriff der Auferstehung ist in diesem Zusammenhang unbelegt. Judentum, der Glaube an eine Auferstehung einiger oder aller Toten, ist im Tanach nur selten und in relativ spät entstandenen Schriften bezeugt. Viel verbreiteter und älter war die Vorstellung der Ur- und Vätergeschichten im 1. Buch Mose, wonach Menschen, die Gottesgebote befolgten, dafür mit einem langen irdischen Leben belohnt und als Tote bei ihren Vorfahren beerdigt wurden. Von den vorschriftlichen Propheten Elia und Elisha überliefert die Bibel als Zeichen ihrer Begabung mit Gottesgeist die befristete Wiederbelebung einiger bereits gestorbener. Der Gedanke an eine Auferstehung der Israeliten deutet sich erstmals in der Prophetie des 8. Jahrhunderts an. So heißt es in HOS 6,1-3 EU. Das künftige Handeln Gottes wird hier wie eine Krankenheilung und als Gewissheit wie der Wechsel der Tages- und Jahreszeiten dargestellt. Das Neue stellt das vorherige Leben der von Gottes Gericht Getroffenen so wieder her, dass sie fortan Gottes Willen erfüllen. Dies bedeutet eine innergeschichtliche Wende zum Guten und wurde erst nach dem Untergang des Nordreichs Israel 722 v. chr. auf ein neues Leben der Gerechten nach dem Tod bezogen. Da der israelitische Glaube Leib und Seele des Menschen als untrennbare sterbliche Einheit betrachtete, umfassen auch biblische Auferweckungsbilder die ganze Person. So erfuhr der im babylonischen Exil wirkende Prophet Ezechiel in seiner Vision von den Totengebeinen Gottes Macht über den Tod als Wiederherstellung aller verwesten Israeliten zu einem neuen leiblichen Leben, das das Leerwerden der Gräber einschließt. Ähnlich sagt die nach dem Exil entstandene sogenannte Jesaja-Apokalypse in Jes 6,19 EU. Auch hier geht es um Israel, nicht um die Menschheit. Die Stelle verwendet die Verben Auferstehen und Auferwecken parallel und weist im Passivum Divinum unausgesprochen auf den Urheber des neuen Lebens hin. In Jes 25,8 EU hieß es zuvor von JWH. Auferstehung bzw. Auferweckung bedeutet im Tanach also zunächst ein exklusives Heilshandeln Gottes an seinem erwählten Volk. Das zugleich eine Perspektive für alle Menschen öffnet. Ihnen wird hier die Überwindung des Todes als notwendiger Bestandteil des Heils für Israel zugesagt. Innerzeitliche und jenseitige Erlösung gehen Hand in Hand. Erst im Buch Daniel wurde diese Zusage zur Erwartung einer universalen Auferweckung der Toten zum Entgericht Gottes ausgedehnt. Diesen Gedanken verband die jüdische Apokalyptik mit der Äonenwende, also einem von Gott herbeigeführten Abbruch der Weltgeschichte, der die Schöpfung vollkommen verwandeln werde. Das Schicksal des einzelnen Menschen war in dieser kollektiven Erwartung eingeschlossen. Theologischer Ausgangspunkt ist Gottes im Eins. Gebot ausgedrückte unverbrüchliche Selbstbindung an die endgültige Befreiung Israels, die auf die Rettung aller Völker von unmenschlicher Gewaltherrschaft zielt. Diese Hoffnung hielten die glaubenstreuen Juden auch in auswegloser Existenzbedrohung fest. Das nach den Makkabärkriegen entstandene 2. Makkabärbuch lehrt in einigen Kapiteln die Auferweckung der Gerechten, für ihre Treue zu J. H. H. Estora getöteten Märtyrer unter den Juden. So beschreibt das als legendarischer Einschub geltende Kapitel 7 den vom Fremdherrscher Antiochus IV. angeordneten Foltertod von sieben Brüdern und ihrer Mutter. Sie stehen für alle Juden. Die sich angesichts des sicheren grausamen Todes der geforderten Abkehr von ihrem Glauben verweigerten und an J. H. H. S. Geboten festhielten. Sie werden als Zeugen für Gottes Macht über diesen ungerechten Tod zitiert, um spätere Generationen zu Glaubenstreue und Martyrium zu ermutigen und den Fremdherrschern Gottes Gericht anzukündigen. Schließlich bezieht die Mutter die Auferstehungslehre zusammenfassend auf Gottes Schöpfungsmacht. Der Glaube an die Auferstehung der Gerechten blieb jedoch im damaligen Judentum umstritten. Vielfach wurden Niederlagen und Tode jüdischer Freiheitskämpfer auf zuvorbiegende Gebotsübertretungen zurückgeführt, die ihre künftige Rechtfertigung durch Gott infrage stellten. Dagegen betete und opferte der Anführer einer erfolgreichen Befreiungsschlacht auch für die Auferstehung der wegen Götzendienst gefallenen Juden. Wie eine Episode im 2. Makabea Buch 12. Kapitel zeigt, in den Schriftrollen vom Totenmeer ist die Auferstehung nur in dem Fragment 4Q521 als Aussage über Gott angedeutet. Damit wurde die prophetische Tradition fortgesetzt, wonach Gott gerade die in diesem Leben zu kurz gekommenen, die Armen, die ungerecht Getöteten aus dem Tod retten und rehabilitieren werde. Im äthiopischen Henoch-Buch findet sich die Auferstehungshoffnung bereits in frühen Passagen, die aber noch nicht deutlich von der Vorstellung einer unsterblichen Seele unterschieden sind. Erst in den um 70 bis 100 N. CHR hinzugefügten Bilderreden wird die künftige Verwandlung der Toten und verwesten Körper zu einem neuen Leben auf dieser Erde erwartet. Zuvor wird diese Verheißung auf die Gerechten begrenzt, die Sünder werden davon ausgeschlossen. Auf diese Passagen spielen auch das 4. Buch Esra und das syrische Buch Baruch an. Noch jüngere jüdische Schriften wie der Pseudophilo versuchten beide Vorstellungskomplexe auf verschiedene Weisen auszugleichen. Wie die Sadduzea-Frage zeigt, war die leibliche Auferstehung im palästinischen Judentum des 1. Jahrhunderts ein Streitthema. Die Sadduzea lehnten diesen Glauben ab, da er in der Tora, die für sie alleingültige Offenbarungsurkunde war, nirgends direkt vorkommt. Die Pharisäer dagegen glaubten im Anschluss an spätere jüdische Schriften überwiegend an die Auferstehung der Gerechten. Manche auch an eine Auferstehung aller Toten zum Endgericht. Damalige Grape in Schriften zeigen nicht eindeutig den Auferstehungsglauben. Eine Aussage, die begrabene Person sei lebendig, liest Z. B. offen, ob damit ein neuer Leib oder ein seelisches Weiterleben gemeint war. Demnach waren Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod in der jüdischen Theologie zwischen 100 V. bis 100 N. C.H.R., weder einheitlich noch vorrangig gegenüber anderen Glaubensthemen. Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 N. C.H.R. gewannen die Pharisäer bzw. Rabbin die Führungsrolle im Judentum. Sie gaben dem Gemeinschaftsgebet im Synagogen Gottesdienst Vorrang gegenüber dem nicht mehr praktizierbaren Tempelopferkult. Das 18-Bitten-Gebet fasst den damaligen Glaubenskonsens zur Auferstehung in der 2. Benediktion zusammen. Die Auferstehung wird hier aus der rettenden Allmacht, Gnade und Treue Gottes zu allem Leben abgeleitet. Ein Traktat der Minna erklärte sie daraufhin zum Dogma und schloss die Hüte nicht daran glauben, vom Heil aus. Dabei blieb weiterhin umstritten, ob bereits die Thora die Auferstehung lehre und welcher Art das neue Leben der Toten sein würde. Die meisten Rabbiner begrenzten die Auferstehung zum ewigen Leben auf von Gott als gerecht anerkannte Juden, einige lehrten. Nur in Israel beerdigte Juden würden auferstehen. Seit dem 4. Jahrhundert wurde es üblich, die Diaspora Toten mit etwas Erde aus Israel zu beerdigen. Unterirdische Verbindungen würden ihre Rückkehr zur Auferstehung in Israel ermöglichen. Im Talmud werden allzu materielle Heilsbedingungen und Beschreibungen des künftigen Lebens abgewehrt. Dazu wurden Bibelstellen wie Jes 64,3 EU auf die kommende Welt bezogen. Erst jüdische Theologen des Mittelalters versuchten, die widersprüchlichen rabbinischen Lehrmeinungen zur Auferstehung auszugleichen. Satya Ghaon schrieb dazu in seinem Werk Ha-Emun-Od-W-H-Di-Od ein eigenes Kapitel, das als getrennter, Rabbi Elitza zugeschriebener Auszug in Umlauf kam. Er lehrte eine befristete leibliche Wiederbelebung der Gerechten in der messianischen Entzeit, der er traditionelle materielle Aussagen zuordnete, und eine völlig unvorstellbare Auferstehung aller Toten nach Gottes Entgericht. Maimonides stellte die Auferstehung als letzten seiner 13 Glaubensartikel heraus. An anderen Stellen schien er jedoch die unsterbliche Seele zu lehren. Deswegen angegriffen, erläuterte er seinen Glauben in Meematechiatham etim. Die leibliche Auferstehung gelte in der messianischen Zeit und Ende mit dem Tod aller Auferweckten in der jenseitigen kommende Weltfolge ein rein geistiger Zustand als unsterbliches Seelenleben. Seine Hauptgegner in diesem Disput waren Meier Ha-Levi-Abu-Lafia und Mose-Ben-Nachmann. Letzterer erklärte in Torah Ta-Adam, man könne an Gottes belohnende und strafende Gerechtigkeit gemäß der Torah auch glauben, wenn man die leibliche Auferstehung ablehne. In der Neuzeit haben sich drei Lehrmeinungen herausgebildet, die jeweils an verschiedene Aussagen des Tanach anknüpfen. Die eine nimmt an, dass alle Menschen mit Leib und Seele sterben, aber in der messianischen Zeit leiblich auferstehen. Die andere nimmt an, dass die reine unsterbliche Seele unbefleckt durch Geburt, Leben und Tod wieder rein zu Gott zurückkehrt. Sie geht davon aus, dass diese Seele nach dem Tod unabhängig vom Körper weit erlebt. Die dritte nimmt an, dass die Seele des Menschen nach dem Tod seines Körpers bis zur messianischen Zeit weit erlebe, sich schließlich mit einem neu geschaffenen Körper vereinige und so leibhaftig auferstehe. Im liberalen Reformjudentum wird der leibliche Auferstehungsglaube unter philosophischem Einfluss zugunsten des Glaubens an die unsterbliche Seele abgelehnt, so erklärten liberale Rabbiner nach einer Konferenz in Pittsburgh 1885. Der Versammlungsleiter Isaac Meyer Weiss strich schon 1857 Anspielungen auf die leibliche Auferstehung aus seinen jüdischen Gebetbüchern. Ihm folgten Neuausgaben in den USA, während europäische Neuausgaben dieser Gebetbücher den traditionellen Text überliefern, aber im Sinne der unsterblichen Seele deuten. Wie diese nach dem Tod weit erlebt und was sie ist, hat das Judentum nie genau dargestellt. Christentum, Neues Testament, die griechischen Verben auferwecken und auferstehen, bezeichnen im Neuen Testament denselben Sachverhalt. Die Tat Gottes an toten Personen, zuerst und vor allem an Jesus von Nazareth und die befristete Wiederbelebung von Sterblichen durch Jesus selbst. Gott habe Jesus am dritten Tag seit seiner Kreuzigung unter Pontius Pilatus auferweckt. Das ist das zentrale Glaubensbekenntnis des Urchristentums. Diese Tat Gottes feiert das Christentum am jährlichen Osterfest, dem christlichen Hauptfest. Der aus dem Judentum übernommene Glaube an die Auferstehung aller Toten trägt bei Paulus Glauben an die Auferstehung Jesu Christi und umgekehrt. Die Evangelien haben zwei Überlieferungen dazu miteinander verknüpft. Die Grabauffindung am ersten Tag der Woche durch die Frauen, die Jesu Sterben und Grablegung beobachtet hatten. Einige Erscheinungen des auferweckten Jesus in leiblicher Gestalt vor Menschen, besonders vor einigen seiner allerersten Jünger, die sich dadurch zur Völkermission berufen sahen. Wie diese Texte entstanden sind, sich zueinander verhalten und wie die Osterereignisse historisch verlaufen sind. Ist Gegenstand einer intensiven exegetischen, wissenschaftlichen, inner- wie außerkirchlichen Debatte. In 1 Chor 15,22-24 EU und 2 Chor 5,10 EU lehrt Paulus übereinstimmt mit manchen damaligen Pharisäern die kommende leibliche Auferstehung aller Toten. Zum Entgericht als endgültige Verwandlung der ganzen Welt. Dieses Erkenntnis habe durch die Auferstehung Jesu Christi begonnen und sei durch ihn verbirgt. Er stellt damit die Auferstehung des menschgewordenen Gottessohnes vor dem Hintergrund des ewigen Lebens in den Rahmen prophetischer und apokalyptischer Heilserwartungen des Judentums. Die befristeten Wiederbelebungen von Verstorbenen durch Jesus oder einiger seiner Apostel sollen die Heilkraft der Täter veranschaulichen. Sie drücken keinen allgemeinen Auferstehungsglauben und keine allgemeine Fähigkeit von auserwählten Christen aus, Tote wiederzubeleben. Berichte von Christen über einzelne befristete Wiederbelebungen, etwa eines Freundes von John Knox, einer Selbstmörderin durch Johann Christoph Blumhardt 1887 oder des Unfalltoten Daniel Ik-Echuk-Wut 2001, sind selten und nicht verifizierbar. Ähnliche Berichte findet man auch in anderen Religionen. Kirchliche Auferstehungslehren unterscheiden sowohl unsterbliche Seele und sterblichen Leib bei Menschen allgemein, die ihre Auferstehung wieder vereinen soll. Als auch die Auferstehung Jesu Christi als Gottes alleinigen Willensart von der folgenden Auferstehung aller Sterblichen durch das kommende Handeln. Jesu Christi Der genaue Ablauf der Auferstehung ist konfessionell umstritten. Besonders die Frage, ob die allgemeine Totenauferstehung am jüngsten Tag mit der Erweckung der getauften Christen zusammenfallen werde, oder ob sie wie vielerorts angenommen wird unmittelbar nach dem irdischen Tod erfolgt, Jesus gleich am dritten Tag. Während früher fast nur die Auferstehung von Menschen diskutiert wurde, wird heute auch nach einem Weiterleben oder Wiederauferstehen von Tieren gefragt. Diese Vorstellung ist in den bekannten religiösen Schriften zu diesem Thema nicht dokumentiert. Dennoch glauben manche christliche Theologen, darunter Martin Luther, dass auch Tiere bei der geglaubten zukünftigen Verwandlung der ganzen Welt auferstehen werden. Diese Überlegungen werden indirekt aus anderen Aussagen zu Tieren gefolgert. B aus Gen 1,27 FF Gott habe Tiere genauso wie Menschen aus Erde geschaffen. Also besessen sie eine gleichartige Seele wie Menschen und würden ebenfalls nach dem Tod ein neues körperliches Leben erhalten. In der orthodoxen Kirche wird die Auferstehung der Tiere grundsätzlich bejaht als Teil der Schöpfung, die durch die Erlösung des Menschen ebenfalls erlöst wird. Kritik Die heutigen Naturwissenschaften haben sich methodisch einem Empirismus verpflichtet, der aus den beobachtbaren und experimentell überprüfbaren Erscheinungen auf physikalische, chemische und biologische Gesetzmäßigkeiten schließt und sie daraus erklärt. Sie behandeln jenseitige, Realitäten oder singuläre Ereignisse ohne naturwissenschaftlich nachweisbare Ursachen nicht. Jedoch ist die Nahtoderfahrung heute auch Bestandteil der Forschung und deren Forschungsarbeiten werden in anerkannten Wissenschaftszeitschriften Z. B. The Lancet publiziert Zwar kennen auch die Naturwissenschaften die Kategorie der Kontingenz und des Zufalls, leiten daraus aber keine grundsätzliche Relativierung des naturwissenschaftlichen Weltbilds ab. Seit der kritischen Erkenntnistheorie Immanuel Kants werden Glaubenssätze streng von Tatsachen-Aussagen unterschieden und in den Bereich des subjektiven, nicht systematisch nachweisbaren Verwiesen. Auch die kritische Geschichtswissenschaft geht von einem Ursache-Wirkungskontinuum der Geschichte aus und rechnet nicht mit völlig analogielosen Ereignissen ohne innergeschichtliche Ursachen, so dass eine Auferstehung a priori nicht als historisches Ereignis gelten kann, sondern allenfalls als mythologisches Motiv. Rationalistische Erklärungsversuche für Auferstehungsberichte in antiken Quellen gibt es seitdem Zeitalter der Aufklärung. Sie laufen stets auf die These eines Scheintods hinaus. In Bezug auf Jesus von Nazareth gehen sie entweder davon aus, dass er die Kreuzigung überlebte oder eine Verwechslung vorlag, so dass eine andere Person anstatt Jesu gekreuzigt worden sei. Psychologisch argumentierende Religionskritiker sehen im Auferstehungsglauben oft einen menschlichen Versuch, die Endgültigkeit des Todes in einer Glaubensgemeinschaft zu mildern oder gar aufzuheben. Ludwig Feuerbach kritisierte dies als Projektion, Karl Marx als Opium, Sigmund Freud als Verdrängung und neurotische Selbstentzweihung bzw. infantile Wunschvorstellung, Bertrandrassel als irrationale Angstabwehr. Siehe auch Ganztodtheorie Einzelbelege Platon Der Staat 10 Buch Das zweite Buch der Makabea, Kapitel 7, 2, Makabea 12,32-45 Die Bestraft der Untreue einiger Juden und das Synopfer für die Toten. Die 18 Bitten Zitiert nach dem Sidur-Sepha-Emmet-Basel 1964 SFF Theologische Real-Enzyklopädie 4 Auflage Artikel Auferstehung Abschnitt I 2 Judentum 443-449 Kurti Koch Im Paradies The Association for Christian Evangelism Quebec ISBN 088981-0117 31. Friedrich Zündel Pfarrer Johann Christoph Blumhardt Ein Lebensbild Fünfte Auflage Höher Zürich 1887 219f Alexander Seibel Die Wunder des Reinhard Bonnke Abgerufen am 6. Januar 2011 Kurti Koch Im Paradies S 77. Ulrich Seidel Friedhöfe für Tiere Van Lommel P. Van W.S.R. Meyers V. Elferich I. Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest A. Perspective Study in the Netherlands The Lancet 358 zu 2039-45 Deux 10,1016-40-673 118 118 118 118 118 118 118 Untertitelung des ZDF, 2020